So, und da sind wir wieder bei einer Folge League of Legends. Heute machen wir den neuen Modus. Einer für alle, auch in der heulenden Schlucht. Und sehr kranker Scheiß geht hier ab. Wir haben alle Needley und die Kollegen sind wieder am Start. Sagt mal hallo. Okay, ich will nicht sterben. Aber es werden nur, verdammt nochmal, übelst viele Scheiß-Sperre durch die Gegend fliegen. Oh mein Gott, ich muss Heal skillen. Jetzt get ready, du Rümbel. Ich frag mich. Komm schon, lass dich sterben. Ja, du sollst schon einen abgekriegt. Das ist nicht zu zivilisiert, ja. Fünf Sekunden hat er Sperre, glaube ich. Bäm, aber nicht. Leute, wir schaffen es. Wir können bessere Sperre schießen. Stimmt aber, nix. Wir sind schon geübt, der Tränen. Ja, da ist fast tot. Bäm! Ich hab keine Ahnung, es war der andere. Achso. Ich kann heilen. Ich hab heilen noch gesehen. Ups. Ich muss auch noch farmen. Farmen. Da haue ich einen jetzt. Tötet sie! Du kannst mich nicht einst. Wir haben sie auf jeden Fall zurückgedrängt. Weil die treffen doch nicht. Wir rechnen doch auch damit, das zu füllen, weil das diese Vanille nie hier ist, alter. Das tut uns gestört, alter. Herrlich, Leute. Das sieht so behindert aus, alter ey. Ernst du? Au! auch nicht stehen müssen alle einfach den hier und in den schweren da oben drin ja aber ich halt leute st st hilfe wir haben zurückgetragen nein ich finde das einfach nur heftig das ist gestört das ist einfach nur gestört ich komme hier nicht zum vormen ich kann hier nicht nicht alles in die fresse gekriegt er ich komme wieder aus ich bin selber schuld das ist das ist essen geht weg man die minuten weg ja ich weiß die minuten weißt du es moment oh oh gott das ist scheisse geil wo ich bin das ist so scheisse egal alle du kannst mich nicht einsperren beschwöre wo ouch a a a a a sag schon nochmal den hier a a a a a a a a Oh Cougar Form Ach schüss Macht hier nicht so viel Sinn Was? Macht hier nicht so viel Sinn Rutsch, los mein Gehob Zack Wir haben uns den ersten Fan gewonnen. Eigentlich brauchst du den Ulti auch nicht ausbauen, finde ich. Für den Anfang. Na, für den Anfang sowieso nicht. Komm! Oh, fuck ich. Du bist noch fast dran. Scheiß, Alter, ich auch nicht. Das gestürmt. Oh, shitten ist es halt nicht gerecht. Nein! Nein! Geht weh! Lass mich in Ruhe! Alter! Das ist ja auch scheiß, Mann. Ich krieg hier keinen Farm, ey. Ich kann mich auch nicht auf Farmen konzentrieren. Ne, dann bist du tot. Also, wer danach den Sperren nicht ausweichen kann nach sowas, da macht irgendwas falsch. Ja, darf noch einmal, ja. Hm. Instinkte leiten meine Schritte. Komm! So. Oh, klaus! Dann spielst du auf der Wolfgangspreise. Jetzt kann ich malา gotten auf einmal gehen. Gibt es noch mehr Sperremage? Der hat wieder überlebt, was er denn? Hm? Wie ist er denn durch die Gegend flaschen, ey? Alter, leckte mich im Arsch, ey. Heilige Scheiße. Oh, jetzt werden wir aber zurückgedrängt, das ist nicht gut. Da ist nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Jetzt bin ich geschlafen. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. meine frisse scheiß minions das ist kacke weil wir die nicht einfach weg machen können oh man auf ja ja und ja 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 Ja, du lich! Ich habe es mir nicht gedacht, dass ich mir nicht gedacht habe. Ich habe es mir nicht gedacht. Das war's für heute. Bet you dick Oh nee Scheiße Oh Gott, das kann ja echt nichts werden. Spielen es nur auf Q und E. Sehr schön. Aber es hat schon was, muss ich schon mal sagen. Was gestört ist, ne? Au. Aber was schön gestört ist, muss man dazu sagen. Du einschweigst. Nö. Das hätte mich hier nicht umgebracht. Nö. Nö. Das hätte mich umgebracht. Meinst du? Nö. Ja. Wurde ich jetzt nicht zu sehen. oh man brachial ich glaube wir sollten jemanden fokussend ich würde sagen Nideli oder? Nideli, ja, bin ich auch ganz freundlich dafür, Eggie Nideli OP oh 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 Nein, gibt's nicht, Alter wir müssen jetzt ein bisschen mehr auf die Minions konzentrieren mach das mal, wenn ihr hier nur sperrrund oben bliegt ja, das ist nicht ganz so einfach nein, das ist was zu machen wir können das so machen, dass wir uns die Pfeilen hier immer auf den Wegen lang machen so sie fallen die Minions dünnen du kannst mich nicht einsperren, der Stoer ja 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 Das war's für heute. 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 Das ist für heute. Das war's 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 für heute. Das ist halt ihr Untergang, weil sie alle auf LP gehen. Das ist eigentlich ein gutes Giegel-Lied drin, muss ich schon mal sagen. Ich sag, du musst hier Untergang, weil sie alle auf LP gehen. 822. Ja, der Match kommt schon. Ich geh mal mal anholen. Ach, Mann. Der war so geil gekommen. Dann greifen wir den Tor, Mann. Jetzt müssen wir alle hier stehen und die Sperre werfen. Und das war's. Haben wir sie weggerockt. Alles klar, haut rein, Jungs. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Jungs. Untertitelung des ZDF, 2020